Marie-Louise Mayen, Mutter Beimer. Sie waren jetzt wie lange oder sind noch bei der Lindenstraße? Halbes Jahr, glaube ich? Bis Ende Dezember drehen wir und gesendet wird noch bis 2020. Das waren dann wie viele Jahre für Sie? Ja, 33,5. Im 34. sind wir. Gehen Sie mit einem weinen oder lachenden Augen? Ja, ich meine, das ist ja wirklich eine Lebensstrecke, 34 Jahre. Aber das ist schon, ja, das ist schon traurig, dass es vorbei ist. Aber jedes Ding hat seine Zeit. Und ist es dann für Sie vorbei oder sagen Sie, Sie sind offen für neue Angebote? Natürlich bin ich offen für neue Angebote. Das denn schon welche? Ja, aber ich habe es noch nicht angenommen, weil es geht die Momente nicht. Man muss erst mal eine Sache abschließen und dann kann man neue Sachen machen. Wie war denn die Zeit so für Sie bei der Lindenstraße? Ja, aufregend, spannend, fordernd. Einfach eine, ja, eine wirklich tolle Zeit. Es ist ja immer noch, es ist ja noch nicht vorbei. Ja, 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 es ist ja immer noch. Ja, das ist ja immer noch. Vielen Dank.